Das erste große Synchron-Fantreffen war ein voller Erfolg. Hallo, ja erstmal schön hier zu sein, richtig krass, damit habe ich gar nicht berichtet. Es ist bei mir seit ich 17 war dazu gekommen, dass ich tatsächlich auch durch die Rolle von Candice irgendwie zum Synchron gekommen bin. Hier ist Santiago Cisma! Das ist ja toll, dass ihr alle gekommen seid hier. Wunderbar! Vielleicht etwas, was vielleicht die Leute noch nicht wissen? Ja, also das bekannteste ist ja nun mal der kleine gelbe Scham, unter anderem hier Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Oder auch die berühmte Lachein. Aber da gab es davor auch viele andere Figuren, unter anderem eine kleine Ferkelchen-Pickel aus Winnie-Pooh. Puh-Bär, die Welt ist so dunkel und dann kommt die Herferlung, so liebe Puh-Bär! Herr Dackel-Bär, wo ist der Onkel Dackel-Bär? Ist der immer noch abgezählt? Jetzt greift mir ja langsam die Schnauze voll von diesen beschissenen Schlangen, diesen beschissenen Flugzeug! Hörst du, du wichseln, du kannst gleich ein paar auf die Schnauze, ist das klar? Hörst du, ihr Motherfucker, hier geht mir die Tierverschaft der Eier! Das zweite große Synchron-Fan-Treffen steht fest! Am 1. Februar 2025 in Berlin Weitere Infos auf Instagram Und auf meiner Homepage www.santiago-zisma.com Unter anderem sind folgende Star-Gäste mit dabei Sandro Blümel, Luise Luno, Sven Plate, Peter Flechner und viele, viele mehr!